Hallo und Willkommen zurück bei einem neuen Eldenregen Video. Da vorne singt irgendetwas, das gucke ich mir jetzt an. Hm. Schade, Kinder nehmen. Der hat gesessen. Uh, was ist das? Ist das irgendein besonderer Gegner oder was ist das? Woah. Gold in der Rune 6. Die 1 bringt 200. 400. 800. Also 200, 400, 800, 1600, 3200. Dann müsste die ja 6400 bringen, wenn das so weitergeht. Eine Scheibe Fleisch. Yay. 6.000. Ich gucke gleich mal, was die bringt. Nichts weiter zu finden. Schade. Ich dachte hier vielleicht sogar noch einen Dungeon oder sowas. Aber, haben wir einen Klumpen Fleisch, irgendwas bekommen. Und wir haben Gold in der Rune 6. Steht nicht da, ne. Ich nehme sie jetzt trotzdem. Und. 2.000 nur. Was? 200, 400, 800. Ja, wer weiß. Aber, an dieser Stelle beende ich noch nicht ganz das Video. Hier liegt noch was. Also hier liegt nichts, sondern hier ist so ein Schädel. Und die Roberfrüchte. Gut. An dieser Stelle beende ich dann doch das Video. War jetzt doch weniger als erwartet. Aber. Man weiß ja nie. Wenn ihr mehr von solchen Sachen sehen wollt. In Elden Ring. Dann abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.